Das kann man einfach nicht zeichnen, was ich hier zeichnen soll. Hä? Zeichnet das. Jetzt musst du schreiben. Ganz kurz. Wer von euch kann denn so gut zeichnen? Was ist das? Was ist so gut? Oh, Katja! Hey Leute! Was geht? Hi! Felix hier bei Spiel mit mir Apps und Games. Und wer ist noch da? Katja ist da. Und? Eva. Und? Und? Claudia. Claudia. Leute, es ist, Elli ist heute leider nicht da, aber dafür ist Eva und die liebe Dia da. Und wir spielen was, Felix? Wir spielen Gartic Phone und das ist tatsächlich eigentlich eine dreifache Premiere. Oder? Eva, hast du schon mal mitgespielt? Ja, sicher habe ich Gartic Phone gespielt. Na gut, eine doppelte Premiere. Auf jeden Fall, Dia und ich spielen heute das erste Mal Gartic Phone mit. Gartic Phone und Among Us sind die einzigen Sachen, die ich hier spielen darf. Sonst, äh, und Eier öffnen manchmal. Sonst bin ich leider zunächst qualifiziert. Ja, und ich glaube, das war auch Felix' Idee tatsächlich, heute Gartic Phone zu spielen. Ja, ich dachte, das können wir mal machen. Ich freue mich drauf, wir haben das schon seit so langer Zeit nicht mehr gemacht, Leute. Und vor allem mit dir. Dia spielt auch zum richtig ganz ersten Mal. Ich glaube, Felix, du weißt ja, du kennst ja so ein bisschen jetzt. Genau, ich habe Gartic Phone schon gespielt, nur noch nicht hier, äh, so als Video. Genau. Also, ich bin sehr gespannt. Und Dia ist komplett neu. Ja, ich bin sehr gespannt. Komplett. Ja. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, aber ich, äh, ich habe, ich habe Lust. Ja, also wir haben alle Lust. Vor allem, ich habe auch richtig Lust, um zu sehen, wie du, wie du malst mal so. Ich habe es auch extrem lange nicht mehr gespielt. Oh mein Gott. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, das ungefähre Spielprinzip. Wir alle schreiben einen Satz, die nächste Person muss es malen, die nächste Person muss es interpretieren und die Person darauf muss es wieder malen und dann sehen wir, was für ein Chaos dabei rausgekommen ist. Ich habe es nicht verstanden. Ungefähr verständlich. Oh je. Okay. Nein, wir kriegen das alles hin. Wir kriegen das alles hin. Natürlich. Go Felix, starte mal. Starte das Spiel. Uh, es geht los. Uh. Ja. So, wir müssen jetzt einen Satz schreiben und wir haben jetzt auch im viel Zeit tatsächlich, um hier was zu schreiben. Und dann einfach auch fertig. Also ich glaube, ich habe jetzt schon 80. Ja, ich habe jetzt auch. Das ist alles so laut. Oha, was ist das denn bitte? Man kann oben den Ton ausstellen. Was ist diese? Okay. Oh Gott, Leute. Wir müssen das jetzt malen, was da steht. Oh, ich bin so schlecht. Das ist klar. Wieso läuft die Zeit runter? Ja, das ist halt jetzt tatsächlich das Ding. Zeit läuft jetzt schon runter. Oh mein Gott. Ich kann nicht mal ein Strichmännchen malen, Leute. Spoiler, ich meine eine Person. Oh mein Gott. Warte. Da ist noch mehr beim Satz, was ich erst gar nicht gesehen habe. Ja. Oha. Oh mein Gott. Okay, na dann. Wie soll ich das malen? Ich freue mich jetzt schon auf die Ergebnisse. Oh mein Gott. Das ist jetzt richtig. Das ist so schlecht. Nein, das ist die falsche Farbe. Oh Gott. Das ist das schlecht. Das sieht doch überhaupt nicht danach aus. Oh mein Gott. Ich habe einfach nur jetzt schon vergessen, wie man einfach Nungatikbon malt. Wirklich, Leute. Das ist so schwierig. Das sieht so aus, als ob ich gar nichts könnte. Als ob ich einfach noch nie irgendetwas in der Hand gehabt habe. Ja. Kenn ich. Oh Gott, Leute. Das ist echt schlimm. Das sieht so aus, wie ein Kind, das mit Pelt malt. Aber das sieht es bei mir immer. Okay, die Hälfte der Zeit ist um. Nein, das ist nicht schön. Warte, hier kann ich einen dickeren Stift, glaube ich, nehmen. Darf man auch was schreiben, wenn man was malen soll? Schwierig, aber wenn es nicht zu much ist. Also du darfst nicht einfach den Satz aufschreiben. Ja. Ja, ja. Aber so, weil das kann man einfach nicht zeichnen, was ich hier zeichnen soll. Hä? Wer hat mir das angetan? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Mein Bild sieht so schlimm aus. Ja, es kann nicht so schlimm aussehen, wie meins. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Das war's. Oh mein Gott, was ist das denn? Hä? Hä? Ist das das Gleiche nochmal? Wer hat... Also das ist jetzt... Wir haben jetzt ein Bild bekommen, was jemand anderes... Ja, was jemand gemacht hat. Jetzt musst du es beschreiben, ganz kurz. Wer von euch kann denn so gut zeichnen? Katja. Spoiler. Du hast Katjas Bild bekommen. Oh mein Gott. Wenn das eine Reaktion ist, wird es Katja gewesen sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, keine Zeit mehr. Ich glaube, es war komplett falsch, was ich auch gesagt habe. Ja. Ich fühle mich jetzt gerade unter Druck gesetzt. Katja, wie gut kannst du denn zeichnen? Oh nein. Ich weiß nicht, ob das das war. Was ist das denn für ein Satz? Und wo kommt der Satz her? Oh nein. Zeit zu zeichnen. Ich will das nicht. Jetzt muss ich wieder zeichnen. Warum? Leute. Ja, du musst immer. Ich darf ja nicht spoilern, aber... Das ist aber die letzte Runde. Das ist aber die letzte Runde. Ja, danach... Danach gucken wir uns an, was wir gemalt haben. Katastrophe. Schwarz. Das ist so schlimm. Das ist auch schwarz. Ah! Was mache ich hier? Mein Gehirn geht einfach gar nicht mehr. Ich mache hier einfach gerade gar nichts. Ich sitze einfach vorne mit Bildschirmen. Ich mache nichts. Ich denke, das ist nicht das, was wir tun. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Ich weiß einfach nicht. Ich kann das nicht. Oh, was haben wir hier alle aufgetan? Entschuldigung, Katja, wir wollten das nicht. Nicht davon macht irgendein Sinn. Es ist so schlimm. Ich schäme mich gerade so sehr. Es sieht so schlimm aus. Fertig, 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 fertig. Oh, es sieht so schlimm aus. Die Zeit ist oben. Die Zeit ist fast um. Ach so. Nein, nein. Abgabe. Du musst es angeben. Oh Gott. Okay, ich habe es abgegeben. So, Felix. Ich möchte es sehr gerne sehen. Ich möchte es sehr gerne sehen, was es überhaupt nicht sein wird. Oh mein Gott. Die Kuh steht auf einem Hügel und macht einen Haufen. Ja, danke, Felix. Ja. Ey, Katja. Katja. Wie krass. Dankeschön. Eine Kuh steht auf einem Haufen. Ja, guck mal. Ey, aber einen Haufen macht die jetzt wirklich. Wo ist der Haufen hin? Nein. Oh, das ist ein Einhorn. Ich hätte vergessen, dass Kühe keine Stehhörner, keine Stehhörner, keine Stehhörner haben. Der Haufen ist einfach verschwunden, aber sonst. Das hat doch geklappt. Ja, der Haufen ist einfach nicht da. Also guck mal, man kann es ja kennen. Guck mal, was ich gemalt habe. Guck mal, was ich auch gemalt habe. Ja. Ja. Eva, was hast du? Katja, du bist krass. Der führte Tauben. Ah, der hat Kaufen. Ach so, das war das. Ach so. Sieht aus, wie eine Ente haben. Wie gut könnt ihr denn bitte alle zeichnen? Hallo. Verein kommt aber, die Ente will es auch haben. Oh, das ist süß. Oh Gott, die Ente, wo ist ihr Körper? Die Ente ist mega. Ich kann nicht. Die und ich sind ungefähr gleichbegabt. Oh mein Gott, wie die Ente. Ich dachte, ihr seid alle so schlecht wie ich. Nein, nur ich bin so schlecht. Oh mein Gott. Oh Mann, Eva. Ah, okay. Ja, das habe ich falsch interpretiert. Ja, das hast du sehr falsch interpretiert. Das habe ich gemalt. Das ist auch sehr falsch gemalt. Eva ist schön. Ich war vorher noch bei den Äpfeln. Ich weiß nicht, wie Sushi aussieht. Oh mein Gott. Das ist richtig gut. Ich finde, das ist eine gute Interpretation. Es tut mir auch sehr leid. Ich hatte keine Farben dafür, Katjas Haare zu malen. Aber Eva hat gerade auch rosa Haare. Nur ein bisschen, nicht viel. Claudia spielt zum ersten Mal in Roblox und hat keine Ahnung. Ich möchte sehr gerne wissen, wie das aussieht. Roblox. Ich kann nicht zeichnen. Oh mein Gott. Hey, das ist die. Ah, so. Krass. Oh, seid ihr gut. Ihr seid alle so gut. Was soll das? Oh, das sieht perfekt aus, Leute. Das hat überraschend gut alles funktioniert. Ja, bis jetzt schon. Sollen wir die nächste Runde machen? Wir machen noch eine. Wir machen noch eine Runde. Auf jeden Fall. Ja, ich will noch mal. Aber ich kann nicht zeichnen. Oh Gott. Okay. Okay, zwei haben, glaube ich, abgegeben. Okay. 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 Oh, das ist sehr gut. Das kriege ich hin. Oh Mann, ich bin so unbegabt. Ey, wirklich. Also sorry, Leute. Das ist total okay. Ich wollte gerade Kreiskunst. Oh, Katja. Katja, du bist ja so unbegabt. Ja. Und einfach, hallo, deine Kuh auf dem Hügel. Sogar dein Haufen war krass. Also einfach krass. Was schreie ich überhaupt? So ist die Zeit gleich vorbei. Oh mein Gott, die Zeit ist gleich vorbei. Oh, was? Nein, ist sie noch nicht. Ist sie noch nicht. Ist sie noch nicht. Ich muss hier noch ein bisschen. Sorry. Das könnte man verstehen. Was aufhören zu schreien. Oh nein, ich kann dich zu Ende malen. Ich kriege das nicht hin. Oh mein Gott, ich habe gerade mein Kunstwerk hier wieder kaputt gemacht. Ich kriege das nicht hin, zu Ende zu malen. Nein. Krass. Oh mein Gott. Okay, ich habe es. Was ist das? Was? So gut. Was? Warum seid ihr so gut? Warte mal, kann es gerade das sein, was? Ja, ich glaube, wir haben das doppelt. Oh, perfekt. Oh. Was? Also ich glaube, meins nicht. Hoffe ich. Ich bin sehr gespannt, was der eigentliche Satz kommt. Oh nein. Hä? Okay, okay. Hä? Ich war doch gar nicht fertig. Ja. Ist nicht schlimm. Wow, okay. Ich habe einfach meinen eigenen Satz bekommen. Ist das normal? Nee, wir haben das zweimal. Ja. Hä? Das wird gleich sehr, sehr witzig bei der Auflösung. Hä? Ja, ich glaube, wir haben einen Satz wirklich zweimal, weil wir so kreativ sind. Extrem wert. Ich bin aber, ich bin sehr überrascht, dass das zweimal da ist. Hä? Okay. Beziehungsweise, ich glaube, es ist nicht genau das gleiche. Was ist ähnlich? Ich meine, ich kann gerade, ich kann nichts zeichnen. Meine Maus geht gerade nicht. Oh. Vielleicht hast du, hast du vielleicht, äh, weiß an oder so vielleicht? Okay, ich komme gleich zu dir. Ja, danke. Rette mich bitte. Wehe. Wehe. Du hattest Radierkubi an. Ach, ich hatte Radierkubi an. Oh nein, und ich habe nur noch keine Zeit mehr. Oh nein. Oh nein. Ach, Claudia. Oh nein. Oh nein. Oh nein, wie soll ich jetzt das schnell malen? Es ist zu viel für mich. Ich bin fertig. Ich lasse das. Ich trinke jetzt hier weiter C. Okay, 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 okay. Spannend. Spannend. Ach so, das sind Vivo und Chanel. Vivo und Chanel sind im Starbucks. Ja. Ach so, nein. Ja, stimmt, macht Sinn. Hier habe ich das nicht... Das sind Vivo und Chanel. Sorry. Aber es sind im Handy von Felix. Ja, jetzt sind Eva und Felix jetzt wieder. Wow. Was? Das war jetzt, ich hatte nur 10 Sekunden. Ach so, das war das jetzt. Ja, aber für 10 Sekunden geht es schon. Und jetzt Felix und dein Dino gehen Eis auf. Hey, wir haben einfach alle was mit Eis. Kann das sein? Hä? Das habe ich einfach... Wie ist das, dein Dino? Und warum hat Felix blauer Haare? Aber ich dachte nicht, dass ich das erkannt habe. Und ihr hast es erkannt. Ich dachte, was war wohl der echte Satz davon? Aber es war einfach richtig. Oh, ist das so kassig. Das habe ich direkt speichern, als ich gerade erst gezeichnet habe. Ja, das habe ich runtergeladen. Katja, kannst du bitte ein Porträt von mir zeichnen? Das ist ja... Katja, ich gerne mache. So, danke schön. Du bist ja so begabt. Danke schön. Felix und Eva trinken einen Kaffee bei Starbucks. Was sind das für... Das sind alles fast derselbe Satz. Wir haben alle entweder Eis oder Kaffee. Hä? Oh, Katja! Katja! Starbaks mit Eben und Felix. Leute, aber guck mal, wie genau sie zeichnet. Ey, kann mir das mal... Guck mal! Felix ist einfach durchsichtig. Ey, ihr seid so gut. Ja, durchsichtig. Dankeschön, danke. Oh mein Gott, es geht noch weiter, stimmt. Ich habe vergessen. Ich bin da auch noch... Ja. Claudia und Elli tanzen zusammen im Regen. Endlich mal was anderes. Das war doch, Elli. Oh, wie süß ist das denn? Das sieht extrem süß aus. Claudia und Katja stehen im Regen. Ja, weil ich dachte, es... Oh mein Gott, Eva, du bist extrem begabt, Eva. Ich bin extrem begabt, ich weiß. Dankeschön. Das sieht so gut aus. Deine Wolken, Hammer. Das sieht einfach perfekt aus, Leute. Oh mein Gott. Ich kann einfach über auf dem Zeichnen, Leute. Ja, ja, ja. Ich muss das erst mal richtig üben. Ja, ihr habt mich ja nicht vorgewandt. Ihr spielt das einfach so mit mir ohne... Ja. Ist halt so. Ich sag... Schlimm. Das passiert hier halt so. Aber ich würde mal sagen, das hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, oder? Oh ja. Ja, auf jeden Fall. Das war extrem cool. Ich würde direkt noch eine Runde zocken, ich sag euch ehrlich. Da können wir ja das schön privat machen, ne? Ja, wir spielen auch weiter. Wir spielen auch weiter, Leute. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht, ne? Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und die Glocke auch aktivieren. Auch ganz wichtig, damit ihr kein Video mehr verpasst. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.